Gehen in dem Lied? Um was sonst gehen? Wie soll das Lied heißen? Ähm... Vorhalte. Bundestag. Bundestag. Bundestag? Wirst du denn Bundestag? Machen die ich nur mal Hunde. Sind die noch hinter mir? Oder im ICE von Berlin nach Köln. Im ICE von Köln nach Berlin. Dann die Bremse quietscht oder so. Im ICE von Köln nach Berlin, so heißt das Lied. Bist du schon am Filmen? Ja. Okay, dann geht's jetzt los. So, meine Damen und Herren, jetzt ist es wieder Zeit für das improvisierte Lied zum Freitag. Das hinter mir ist mein Publikum von heute Abend, beziehungsweise die, die übrig geblieben sind. Die anderen sind schon gegangen. Es war volles Haus. Aber das sind die Hardliner, die durchgehalten haben. Drei Stunden Programm. Und wir singen jetzt ein Lied gemeinsam über eine Bahnreise von Berlin, nee, von Köln nach Berlin. Oder von Berlin nach Köln, wie ihr wollt. Was ist euch lieber? Von Köln nach Berlin. Von Köln nach Berlin. Ja, es sind nämlich Berliner hier. Und wenn von euch jemand was singen will, dann setzt ihr einfach ein, ne? Greift sich das Mikrofon und setzt einfach rein. Okay. Brauchen wir noch irgendwie einen Stil oder sowas? Was für ein Stil? Genau, was für ein Stil. Nicht schon wieder Reggae. Reggae hatten wir doch gerade. Free Jazz. Free Jazz passt sehr gut. Okay, machen wir jetzt halt ein bisschen jazzig, okay? Nicht Free Jazz, weil man will das ja auch ertragen, aber wir machen ein bisschen Jazz. Ihr sollt nicht dasselbe rufen, was ihr vorhin schon in der Show gerufen habt. Und jetzt singen wir es mir immer nach. Ich möchte heute mit der Bahn Jetzt haben wir den zwei den Jazz verlassen, aber ist egal. Ich möchte heute mit der Bahn Am liebsten mit dem ICG von Köln nach Berlin fahren. Ich zahle dafür gerne guten Preis, denn Bahnfahren ist viel besser als Autofahren ohne Scheiß. Ihr mögt zwar denken, die Preise sind total überhöht, und der Service des Personals ist einfach unerhört. Doch auf der Bahnschiene ist man sicher, naja, außer die Radachse ist gebrochen. Jetzt brauchen wir den Refrain mit Uhuhuhuhu Uhuhuhu 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 Mit der Bahn nach Berlin Nöchmal Uhuhuhu 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 und alle mit der Bahn nach Berlin. Denn in Berlin gibt's tolle, tolle Dinge. Zum Beispiel die Eisgiene am Alexanderplatz. Oder die Parks und die Müllhalden, weil sich da schon manch einer getroffen hat. Doch am besten ist das kleine Theater in Schöneberg, das auf die Namen O-Ton-Art hört. Wo immer ein Platz auch für dich frei sein wird. Denn, aber wo es auch keinen stört. Mit der Bahn nach Berlin. Das muss ich auch mitziehen. Mit der Bahn nach Berlin. So, Solo vom Publikum. Mit der Bahn nach Berlin. Und Deborah, die heute noch gar nichts gesagt hat, fasst jetzt das Ganze in einer... Deborah, die heute noch gar nichts gesagt hat, fasst jetzt das Ganze in einer Coda zusammen. Amen. Sag einfach, was du denkst. Ich bin glücklich. Nee, also sing einfach, was du denkst. Was? Sing einfach, was du denkst. Sie ist glücklich. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen. Hier haben noch mehrere Leute nichts gesagt. Wer denn zum Beispiel? Sag es mir. Ich hab ganz viel gesagt. Ich hab ganz viel gesagt. Das ist... Ihr denkt... Also das ist... Liebe Leute, ihr denkt, dass da hinter mir ist das feige Publikum. Doch das feige Publikum ist schon gegangen. Und die da hinten sind nun halt mit drin gehangen. Also applaudiert groß für ihren Mut. Denn dieses Publikum ist wirklich gut. Hu hu hu. Hu hu. Hu hu. Hu hu hu. Mit der Bahn nach Berlin. Vielen Dank, wunderbar! 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 So... Und gibt es... Gibt es jetzt ein Premieren-Sekt an der Bar? Ja! Ja! Gut! Dann geht's jetzt zum Premieren-Sekt an die Bar. Applaus